Schaut euch das an, wie man mein schönes Bärlauchfeld kaputt gemacht hat. Aber jetzt kommt die Aufgabe. Schaut bitte genau, welche Pflanzen ihr erkennen könnt. Auf dem ersten Foto, auf diesem Foto und Achtung, auf diesem Foto sind unterschiedliche Pflanzen zu sehen. Bitte kommentieren. Und hier kommt ein kleiner Ostergruß. Ist das nicht hübsch? Als nächstes bin ich weitergefahren zu einer Quelle und habe ganz viel Wasser mitgenommen. Nicht nur diese zwei Kästen, sondern insgesamt vier Kästen und zwei, vier Kanister voll. Jawohl, dort war es richtig schön. Und am Ende nochmal ein Blick zum Himmel.